Mr. Spock. Das Gehirn der Enterprise. Das furchtlose Genie, das durch die ruhende Kraft der Intelligenz den Erfolg der Missionen sichert. Doch wer tiefer blickt, sieht einen Außenseiter, der nicht dazugehört. Ein Mann zwischen zwei Welten. Er ist innerlich zerrissen. Er lebt im permanenten Zwiespalt zwischen dem, was er denkt und was er fühlt. Was macht er? Folgt er seinem Kopf und dem Fahrt des Verstandes? Oder folgt er seinem Herz? In dem Wissen, dass die Gefühle, die er nicht kontrollieren kann, ihn zerstören könnten? Ich helfe ihm bei der Entscheidung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017